Yo, Senti! Wir werden heute mit unserem Blayblade spielen und ich fordere dich heraus zum Kampf. Okay, Beyblade, Beyblade, let it run! Wir müssen gegeneinander kämpfen, in der Hoffnung, dass der eine gewinnt und mit V kannst du so einen Schub aktivieren. Wow, okay, das ist cool, das ist sehr cool. Wow, und? Nein, ich, ich, ich habe es nicht geschafft. Wir können uns auch nach und nach leveln und wir können hier auch zum Beispiel links unsere Klinge dann verbessern. Wow, okay, das bedeutet, wir werden heute den besten Beyblade freischalten, den es gibt. Ganz genau. Und ich habe hier, boom, eine neue Fähigkeit bekommen. Ich habe Schatten, Templerfähigkeit und nochmal Schatten. Und wir können uns ein bisschen leveln, indem wir zum Beispiel hier diese Felsen besiegen. Yo! Okay, das bedeutet, let's go. Ich hole auch meinen Beyblade. Ja, fight mal gegen hier diese Steine und dann werden wir besser. Ich meine, oh, ich habe mein Level 2 schon, das heißt, ich kann, oh, ein bisschen skillen. Und ich kann mich so teleportieren, ich glaube, jeder hat auch andere Fähigkeiten. Das stimmt, ich habe auch, boom, so einen Schub bis jetzt und ich mache 13 Damage. Ich muss ein bisschen leveln. Oh, und drück mal Steuerung, dann kannst du den so anvisieren. Oh, stimmt. Das geht viel schneller. Ah, dann braucht man nur geradeaus fahren. Naja, echt. Was? Okay, ihr seht's. Level 25 gibt es noch eine neue Fähigkeiten erwachen. Aber ich würde sagen, lass uns mal kurz noch ein bisschen leveln. Und dann gibt es auch gleich einen Trainer, den wir herausfordern können. Ich weiß nicht, ob wir gegen den Trainer kämpfen oder ob der uns dann was gibt. Hm, ich weiß auch nicht. Aber ich habe jetzt erstmal meine Klinge ein bisschen geupgradet. Oh, werde ich ihn besiegen? Nee, er ist einfach viel zu stark. Okay, wir müssen jetzt erstmal die Level 1 Steine besiegen. Ganz genau, denn, naja, das andere Zeug, das schaffen wir vielleicht noch nicht unbedingt. Ja, dafür sind wir noch zu schwach. Und, ey, ich bin die ganze Zeit angegriffen von irgendwelchen. Ja, wir sind noch zu schwach, Mann. Du musst auch deinen Beyblade immer upgraden, ne, Link. Das stimmt. Okay, ich habe einfach sechs Skill-Punkte. Ich gehe ein bisschen auf Ausdauer und Geschwindigkeit und Angriff. Ja, ich bin auch in den Angriff. Meine ist sogar level 5. Komm mal mit, vielleicht, vielleicht können wir den ja trotzdem hier besiegen. Ich will mal einfach nochmal testen. Was macht der Trainer mit uns? Okay, level 5 Trainer ist das. Hey, lass uns kämpfen. Au, du musst dann ein 1 gegen 1 gegen ihn machen. Oh mein Gott, aber ich habe eine Level 3 Klinge. Junge, Sandy, ich mache Steuerung und fordere ihn raus. Oh mein Gott. Keine Chance. Nee, ich auch nicht. Oh mein Gott. Ich habe sogar Minusgeld bekommen. Was, ich habe verloren. Oh nein. Okay, Sandy, sorry, wir brauchen doch nochmal ein bisschen mehr Stärke. Ja, das glaube ich auch. Oh, guck mal, was im Gold da fällt. Oh, der hat mehr EP gegeben. Halt, ich bin fast level 5 geworden direkt. Aber ich werde dich heute auf jeden Fall nochmal herausfordern zu einem Duell. Ja, auf jeden Fall. Aber wir brauchen jetzt noch einen besseren Beyblade. Ey. Ey. Und yeah, ihr seht, wie wir leveln. Und ich muss sagen, mit dem STRG ist es gar nicht mehr so schlecht. Aber du kannst auch andere, mit dem STRG auch andere Spiele anvisieren, ne? Ja, das stimmt. Aber es gibt keine XP hier leider. Ja, das stimmt. Wieder einfach vier Skillpunkte. Boah, ich gehe auf Angriff. Dann kann ich, glaube ich, noch größere Steine. Hier ist ein Level 15 Stein. Boah, gehst du nur auf den Angriff komplett? Eh, nicht komplett, aber oh ja, der Level 15 Stein, den schaffen wir safe zusammen. Oh ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Okay, ich level auch mein Beyblade nochmal ab. Gehe auch nochmal auf den Angriff. Yo, yo, yo. Okay, Freunde, das wird was. Bäm. Immer schön Schubspam. Ey, ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Oh, er hat nur noch 19 Leben. Ich mache ihn Platz. Ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut. Ich habe einfach eine Level 8 Klinge schon unten. Was? Ja, unten links siehst du, welches Level du bist. Hm, okay. Wollen wir zusammen den großen Stein angreifen? Äh, ja, okay. Oh, hier ist ein Goldner. Oh, mach den Goldenen fertig. Nein, der andere hat ihn gemacht. Alter, der zerstört uns alle hier. Ich greife gerade den großen Stein schon wieder an der Attacke. Let's go. Ich greife den Goldenen an hier. Setti, ich brauche Hilfe. Alles klar, Verstärkung kommt. Und? Mein Baby. Yo, das ist übrigens cool. Wir können uns gegenseitig helfen. Ja, das ist echt gut. Und ich, Setti, werde nochmal gegen den Trainer kämpfen. Okay, okay. Ich probiere es jetzt auch nochmal. Ich meine, ich bin Level 11. Ich glaube, ich sollte das easy jetzt schaffen, oder? Ja, eigentlich schon. Oh, okay, Freunde. Es ist ein hartes Duell, aber... Ja, ich habe ihn. Sehr gut. Okay, ich habe mal so einen Exklusiven Roll gemacht. Okay, und... Oh, ich habe eine Hydra-Mitte bekommen. Und wow. Ich kann die nicht mal equippen. Wieso? Weil ich Level 150 brauche. Oh mein Gott, wow. Oh, und ich habe mir jetzt sogar mal zwei XP gekauft. Okay, ich auch. Wir fahren jetzt noch schneller die Level. Noch schneller und noch besser, ne? Und... Oh mein Gott, ich wurde angegriffen, ey. Warum greifen die alle bei den Beyblade an? Ja, weil wir doch Noobs sind. Oh, ich... Aber ich muss sagen, ich habe keine Probleme mehr gegen die großen Steine. Die mache ich easy fertig. Okay, ich probiere auch gegen den Level 15 Stein. Ja, und Level 13 bin ich. Ich bin danach... Level 15. Ich habe jetzt zwei Level durch einen großen Stein bekommen. Ja, das ist echt sehr stark, ja. Okay, ich probiere auch jetzt die größeren Steine, ne? Das ist crazy. Und... Ey, das macht so viel Spaß. Freunde, like bitte schnell das Video. Denn bei 500 Likes werde ich ein starkes Beyblade bekommen. Also, bitte like schnell das Video. Oh, warte mal, ich komme. Vielleicht können wir uns irgendwie dadurch ein bisschen upgraden. Okay, ich habe eine neue Klinge. Aber die bekomme ich erst ab Stufe 50. Kann man die halt benutzen. 50? Oh mein Gott, okay. Also, die eine zumindest. Ich öffne mal noch ein paar. Ich öffne einfach auch mal ein paar Sachen. Okay. Ich glaube, ich kann das direkt öffnen. Okay, ich gehe einfach komplett in die Verteidigung rein. Ich habe mir irgendwie jetzt ein paar Sachen gekauft, ne? Ja, ich auch. Aber wo kann man die equippen? Oh, hier kann man was machen. Und okay. Manche zum Beispiel bringen Ausdauer. Manche bringen aber auch Geschwindigkeit und Angriff. Oh, okay. Aber ich kann leider... Ah doch, hier kann ich was equippen. Ah, die Mitte kann ich solche ändern. Ja, ich habe zwei Sachen, konnte ich ändern. Oh yeah. Oh yeah, Leute. Was kann der jetzt? Joa, 36 Damage. Und Ausdauer ist auch mehr. Nicht schlecht. Ich kann hier alles kaputt machen mittlerweile. Oh ja, das geht richtig ab. Ja, das geht richtig gut. Und ich würde mal ein paar Skillpunkte wieder vergeben. Boah, ich habe nur so viele übrig gehabt. Was bringt eigentlich die Ausdauer? Ich glaube, dann lebt der länger. Ja, ja, genau. Aber ich probiere nochmal diesen Level 5 Trainer zu betteln. Und hier gibt es so einen Blader Store. Oh, jo. Hier gibt es so einen richtigen Baby. Okay, 10.000 kostet das. Man kann das richtig schlecht lesen. 15.000. Ich kaufe mir mal was für 15.000. Yo. Stufe 50 brauche ich dafür. Was? Ja, auch ein neuer Gegenstand. Aber ja, das meiste kann man mit hohen Level erst freischalten. Okay. Das ist natürlich... Oh, ich habe Sturm bekommen. Kann ich direkt aufziehen. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, anpassen. Freunde, wo ist... Okay, ich kann hier ein paar Sachen ändern und ein paar nicht, Leute. Au! Ich habe einen neuen Boden freigeschaltet oder sowas. Okay, und... Interessant. Okay. Ich sage immer oft Blayblade, weißt du? Ja, das liegt an einem Sprachfehler, Vitamine. Sorry. Aber ich attackiere den großen Stein. Yeah, Attacke. Okay, ich will jetzt auch meinen neuen Beyblade austesten. Oh, mein Gott. Oh, der ist so stark. Und ich glaube, es wird Zeit für ein Duell, mein Freund. Ja, ich bin ready. Du bist ready? Oh, mein Gott. Ich mache auch... Wie viel Damage machst du? Ähm, ich mache jetzt 29. Ich mache 41. Okay, das ist stark. Ich glaube, Sadie, du solltest vielleicht doch nochmal ein bisschen leveln, oder? Bevor du gegen mich antrittst. Ich bin Level 13, du? 13? Ich bin Level 21. Oh, Attacke. Junge, die Steine, die großen Steine, die kannst du auch easy farmen. Die geben dir so viel. Ja, ich probiere es schon. Boah, ich mache hier... Boah, ich mache richtig gut. Bam, schaut euch die Levelanstiege mal an. Wir können sogar hier, ja, die nächsten sechs Punkte einfach auch wieder auf Angriff gehen. Dann mache ich noch mehr Damage. Boah, wie cool. Okay, den werde ich nicht mehr schaffen. Und es dreht sich nicht mehr. Und ich bin schon Level 26. Wie schnell... Äh, du fährst da drauf? Äh, ja, klar. Okay, komm mal mit, komm. Lass uns mal... Lass uns gleich mal ein Duell machen. Was hältst du davon? Ja, können wir machen. Okay, und... Oh, warte mal, ich habe die neue Fähigkeit freigeschalten und erwachen. Alter, was geht denn jetzt ab? Wow. Was ist das denn, hä? Das sah krass aus. Boah, der spuckt dann so Feuer, ey. Wie cool. Und hier drüben traut sich vielleicht jemand gegen mich in einem Duell? Hm, vielleicht. Warte mal, ich gehe mal... Oh, nee. Junge, der ist doch übelst gut bestimmt, oder? Boom. Oh mein Gott. Ich habe gewonnen. Oh, du hast den Trainer geschafft? Ja, genau. Ich habe den Level-5-Trainer geschafft. Schau mal, hier drüben. Ja, ja. Ich will gegen dich kämpfen. Yo. Oh mein Gott, es geht los. Und boom. Boom. Oh mein Gott. Ja, zacken. Oh mein Gott. Was? Ich habe verloren. Nein. Let's go. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott, das war so knapp, aber. Was? Oh mein Gott, okay. Ich muss echt nochmal skillen, Freunde. Aber ich würde sagen, ich fordere den Level-10-Trainer heraus. Ich glaube, den schaffe ich. Was? Schaust du den? Ich glaube, du schaust ihn wirklich nicht. Doch, 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 Setti. Den schaffe ich. Ich bin ein guter Spieler, weißt du? Ja, ich kann es auch mal gleich. Oh, okay. Okay, hier geht es... Oh mein Gott, Alter. Hier geht es richtig ab. Yo. Und? Hab ihn. Hab ihn. Wirklich? Ja, na klar. Also. Das hast du davon. Hä? Du Loser. Baby, Baby, let it run. Ich hab ihn besiegt. Nice. Oha, du bist richtig stark. Ja, wir bekommen immer stärkere Beyblades. Schau mal, Setti, hier drüben können wir einfach schon Level-30-Pflastersteine besiegen. Oh, okay, lohnt sich das? Ich glaube ja. Ich hab gleich meinen ersten besiegt. Und? Level-30 war ich. Oh, ich hab zwei Level bekommen. Okay, auf einmal. Das ist krass. Boah, komm, guck mal. Ich helfe dir. Wir machen zusammen. Und? Dann können wir beide... Yo. Oh. Wow. Hä? Was ist das für eine Fähigkeit, die du da hast? Ich weiß es nicht. Ich hab einmal, äh, Lichtbombe und Siphon. Du ziehst dem Stein irgendwie so Leben ab. Ich hab keine Ahnung. Ich aktiviere einfach alles. Yo. Hauptsache, Hauptsache, wir sind gut, ne? Ich bin Level 34 schon. Das ist sehr krass. Boah, ich kann hier upgraden. Oh mein Gott. Ich geh alles gerade auf Angriff, ne? Ich mach richtig viel Damage. Ja, ich war auch auf Angriff. Aber ich geh jetzt mal ein bisschen mehr in die Verteidigung. Auch mal ein bisschen. Ja, Verteidigung. Hab ich gerade mal vier Punkte, ey. Ich bin so... Ja, ich auch. Jetzt hab ich elf. Ey, die denken... Wie viel hat der Angriff? Angriff hab ich tatsächlich 42. Okay. Aber ich geh auch ein bisschen vielleicht mal auf Geschwindigkeit. Weil wir müssen ja auch irgendwann mal ein bisschen schneller werden. Ja, das stimmt. Und bei Level 50 hab ich ja so ne coolen neuen Dinger schon freigeschalten. Stimmt, da können wir uns unser Baybed anpassen, ne? Ja, ich bin 37. Das geht schneller als gedacht, ehrlich gesagt, hier drüben. Okay, ist es aber das Baybed-Level oder gibt's noch ein anderes Level? Natürlich das Kling-Level. Ja, okay. Und Attacke, den nächsten Pflasterstein besiegen. Oh yeah. Welches Level bist du? Ich bin Level. Unten steht's 39. Ah. Und du? Ich bin 32. Bei mir dauert's richtig lange, wenn ich Level. Ja, aber du kriegst doch pro Stein fast ein Level. Ne. Hier ist ein Level 25, Trainer. Ich bin ehrlich. Ich glaube, ich probier's mal, aber ich hab Angst. Ey, du hast doch nicht mal den 20er besiegt. Ja, aber man kann, man muss nicht immer den gleichen nehmen. Ja, aber besiegt doch erstmal den Level 25. Ja, Sandy. Oh, hab verloren. Upsi. Das war klar. Ja, dann probier ich Level 20. Du hast recht. Wo ist der Level? Oh, hier ist der Level 20. Auf geht's, Level 20, Trainer. Auf geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, die haben so krass Attacken, ne? Ja. Mach ich keine Chance. Level 20, easy besiegt. Okay, okay. Nicht schlecht. Oh, mach mal Level 20. Ich hab einfach drei Level gelevelt durch ihn. Ach so, okay. Ich komm. Hier, den schaffst du, der ist easy. Hier ist noch ein Level 20, Trainer sogar. Ich glaube, es gibt mehrere. Ja, na klar. Du kannst gegen mehrere dann kämpfen. Ich muss sagen... Ich muss schon Playblade kämpfen. Ich hätte gerne wieder einen Playblade. Oh mein Gott. Der ist auch richtig stark. Oh. Oh. Das ist eng. Yo, ich hab wieder gewonnen. Was? Ich hab verloren. Ich hab jetzt einfach fünf Level gemacht. Hier ist noch ein Level 20er hier hinten, wenn du möchtest. Und? Was ist das für ein Level? Oh, nochmal ein Level 20. Oh. Ey, Junge. Die verlieren alle gegen mich. Echt? Ziehst du alle ab? Ich zieh alle Level 20er ab. Okay. Das ist stark. Oh, kommt ihr. Aber es ist schon ein bisschen schwer, ne? Das ist richtig knapp bei mir. Ich hab wieder ganz knapp verloren. Oh. Ich hab wieder ganz knapp gewonnen. Echt? Oh Mann. Und ich geh natürlich wieder, boah, mit übelst vielen Punkten auf Stärke. Baby, baby, let it rip. Komm schon. Du Cheater. Nichts da. Oh mein Gott. Oh. Okay, jetzt hab ich gewonnen. Boah, ich bin gleich Level 50. Yeah. 50 schon? Ja. Und ich bin Level 50. Das bedeutet, wir können hier nochmal ein bisschen skillen. Ja, Skills gehören dazu. Und ich kann jetzt eine Teil benutzen. Boah, Stufe 50 Teil. Wow, okay. Und? Ist das stark? Boah, ja. Warte, warte. Ich zeig's dir gleich. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr gut ist. Boom. Das sieht jetzt natürlich auch viel, viel cool aus. Und ja, 99 Damage mach ich jetzt tatsächlich schon. Okay, ey. Bist du bereit für noch ein Battle dann? Oder wie? Boah, der Klass, Handy. Erstmal werde ich nochmal den Level 25er Trainer herausfordern, okay? Ja, wenn du es schaffst. Ich glaube aber, ich glaube, der ist so stark, ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. Dieses Mal wird er fallen. Attacke! Da ist er auf. Okay, er macht ernst. Er macht richtig ernst. Klar. Oh, Junge. Junge. Aber, yo, easy. Ich hab doch über die Hälfte Leben gehabt. Was? Also? Ja. Ich hab auch 200.000 Geld schon. Ich glaube, ich könnte langsam in den Shop gehen und mich übelst upgraden. Also, die Trainer, die sind easy. Okay, dann probieren wir den Level 30 zu besiegen. Ja, okay. Den mach ich auch noch. Leute, den mach ich danach auch noch. Und dann kommt danach Senti. Das bin ich. Attacke! Oh, okay, okay. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Aber er verliert. Was? Und? Gewonnen! Okay, das ist super krass. Also, das ist so viel Geld. Ja, ich muss sagen, Ausdauer ist echt wichtig. Weil Ausdauer sind deine Leben, wenn du spawnst. Oh, ich hab meine Ausdauer auf, ähm, 1. Was? Du hast dadurch übelst wenig Leben. Ich hab 370 Leben. Okay, okay. Ich muss meine Ausdauer sehr erhöhen, sagst du? Ich glaube schon, ja. Ich hab alles in den Angriff gemacht. Das ist halt das Problem. Oder machst du aber halt viel Damage? Ja, ich mach eigentlich sehr viel Damage. Aber ich muss dann auch richtig gut treffen. Das stimmt. Oh, ich hab gesehen, hier ist ja noch ein Level 30er Gegner. Natürlich wird dieser Trainer auch fertig gemacht. Ja, oh mein Gott. Okay, und mittlerweile schlage ich jeden Trainer einfach in den Beyblade Plattels. Also, du bist auch richtig gut geworden, ne? Ähm, ja, also die Level 20 Trainer. Okay, ich geh jetzt zum Level 25er. Den schaffst du. Sandy, ich glaube an dich. Ich hab auch schon wieder geschafft. Das schaffst du easy. Okay, grade meinen Ausdauer noch hier ein bisschen ab. Okay, easy. Hier sind alles Level 30, 20er Trainer. Die machen dir nichts. Ich glaub mir. Okay, Beyblade, Beyblade, Laddlestrip. Und am Ende machen wir doch einen Kampf. Oh, ja, da bin ich echt drauf gespannt, wer das gewinnen wird. Oh, mein Gott. Das war echt spannend hier, das Battle. Aber okay, keine Chance hatten die. Ja, ich sag doch, du machst richtig gut an Level. Okay, und ich bin jetzt auch Level 51. Jetzt kann ich auch hier das Gute equippen, ne? Ey, du willst gar nicht wissen, was ich bin. Du für 50 benötigst. Wow, das sieht krass aus. Ja, ja, Angriff, Ausdauer, Geschwindigkeit. Boah, hier sind so viele Trainer hier hinten, ne? Guck mal, umso weiter du in die Welt gehst, umso mehr Trainer findest du. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber boom, ich hab jetzt meinen eigenen coolen Beyblade. Der sieht krass aus. Okay, traust du dich jetzt nochmal ein 1 gegen 1? Ja, okay, ich probier erstmal noch ein Level 30er aus. Okay, mach, 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 mach. Ob die eine Chance haben. Ja, mach. Hier ist sogar ein Level 40 Trainer. Ich probier mich mal gegen den. Jetzt übertreibst du aber. Junge, ich bin Level 68. Oh, der, okay, der ist schon schwieriger, aber... Ha, Junge, geschafft! Ja, ich hab auch die 30er aufgesiegt. Oh, yeah, Sandy, jetzt kommt es drauf an, wer die goldene Ananas gewinnt. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Okay, Vitamine gegen Centex. Ja, das stimmt. Oh, ich bin gespannt. Ich glaub, du hast ein bisschen höheres Level, ne? Ja, ich glaube auch, ein bisschen höheres Level. Beyblade, let it rip! Wow! Yo, 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 was... Wo bist du? Alter, was geht denn hier ab? Du heilst dich, oder? Ja, du hast eine Heilungsfähigkeit. Du hast eine Heilungsfähigkeit. Weiß nicht. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh! Gott! Komm. Nein. Nein! Ja! Gerade, aber so... Ey, das war so knapp. Was? Was ein spannendes Duell. Das war richtig, richtig dolle knapp, Sandy. Aber es gibt halt nur immer nur einen Gewinner. Ey! Los, Beyblade. Ich stapp ihn dir. Komm her! Oh, mein Gott. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne noch einen zweiten Teil sehen wollt, wie Sandy und ich uns hier nochmal mit Level 150er Beyblades beschlagen, dann lasst es uns wissen mit einem Daumen oben da. Vergesst nicht, kostet das Video, um kein Donner-König-Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem Donner-König-Videos. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!